Aber zuerst mal brauch ich nur zwei Freibillige. Setz euch. Ich nehm den linken, nicht den rechten. Wir hätten uns ein paar Comics mitbringen sollen. Also dann. Das ist aber eine ganz wenige Tour, Chef. Hey, Biber, was macht denn der Gelbsack hier? Was willst du mit der Dose, Mann? Entspannen euch. Hey, das ist der Chef. Was machst du mit den Schweinetieren? Was werden die herbekommen? Das gehört alles zum Experiment. Hey, sind Sie sicher, dass diese verblödeten Tiere uns die Macht geben, die sie uns versprochen haben? Natürlich, sonst würdet ihr große Probleme bekommen, euch am Samstag mit einem Mädchen zu verabreden. Ich glaube, das wird ne ganz schöne Schweinerei, was da rauskommt. Sie haben die